Creme Brulee. Wer liebt sie nicht? Die leckere Creme mit einer gebrannten Karamellkruste. Dabei hat die Lebensmittelbranche das Originalrezept etwas verändert. Und hier machen die Brulee ohne Brenner. Sebastian zeigt, wie die Industrie Creme Brulee ganz ohne Brulee macht. Oh, Madame, Monsieur, ein bisschen Creme Brulee. Der Klassiker in fast jedem Lokal, was ich kenne. Und die Lebensmittelindustrie hat sich gedacht, wenn das so beliebt ist, dann bringen wir das ins Kühlregal. Creme Brulee ist eine gestockte Eiercreme aus Frankreich mit einer knackigen Karamellkruste. Auch in Deutschland ist die Süßspeise sehr beliebt und findet sich von vielen Herstellern im Supermarkt. Eine Creme Brulee, klassisch. Eier, Zucker, Sahne, bisschen Milch, bisschen frische Vanille, schön stocken lassen, abfleppen. Da geht man mit dem Löffel durch die Schicht durch, oben warm und dann dieser vanillige, cremige Geschmack. Ein Traum. Sebastian Lege studiert die Zutatenlisten und packt aus. In luxuriöser Glasverpackung. Französisches Dessert mit 47% Sahne, 9,8% Eigelb, 5,8% Vollei und 2% Karamellzucker. Das ist ja hier wie selbst gemacht. Finde ich jetzt keinen Fehler. Wirklich nicht. Edeka, Rewe, Netto und Lidl bieten ihre Brulees als Eigenmarke an. In hochwertig wirkenden Verpackungen. Deluxe. Das Wort allein schon. Deluxe. Das ist wie Gourmet. Das ist auch so ein Wort. Da machen meine Ohren komplett zu. Dabei sind die Produkte günstig. Rewe's Brulee kostet 1,29 Euro pro 100 Gramm. Alle anderen in der Stichprobe 85 Cent. Sebastian Lege sucht nach weiteren Unterschieden. Vollmilch, Sahne, Zucker, Eier, Eigelb, modifizierte Stärke. Milcheiweiß, Laktose, Karamell, Zuckermischung, Karamell, brauner Zucker. Die haben ein bisschen optimiert. So, Kokosfett. Hä? Kokosfett? Warum? Abgesehen von Zutaten wie Kokosfett, Vanillearoma und modifizierter Stärke sind alle Produkte der hausgemachten Brulee-Creme ähnlich. Den Trick der Hersteller findet Sebastian Lege an anderer Stelle. Karamellsplitter? Tatsächlich haben alle Produkte Karamellsplitter oder Zuckermischung auf der Zutatenliste stehen. Geliefert werden sie in separaten Tütchen. Die beworbene Fertig-Karamellkruste auf den Cremes gibt es gar nicht. Das heißt, Karamellsplitter werden nur raufgestreut. Es gibt keine Karamellkruste. Hier ist aber eine knackige Karamellkruste zu sehen. Da würde ich sagen, als Konsument, was ist jetzt? Hier steht nicht da drauf, dass ich einen Brenner nehmen muss. Oh, das riecht gut. Die Karamell-Zuckerzubereitung, die wird hier nur raufgestreut. Und dann soll man warten. Nach und nach bildet sich eine zuckerbraune Schicht, die optisch aussieht wie echte Brulee-Kruste. Und hier machen die Brulee ohne Brenner. Das mal pfiffig, oder? Aber das ist keine Creme Brulee-Mensch! Die angebliche Kruste ist zu weich. Für den gelernten Koch gehört der Zucker abgebrannt. So, wie es die klassische Zubereitung verlangt. Können die Cremes denn geschmacklich überzeugen? Oh, der ist lecker hier. Dann nehme ich noch einen Löffel. Dass ich auch besser esserlege, kein Fehler. Die Creme, lecker. Aber hallo? Brulee! So geht Creme Brulee. Hören Sie das? Das ist eine Karamell-Kruste. Deswegen heißt das Produkt Creme Brulee. Sie wollen jetzt bestimmt wissen, wie man Creme Brulee ohne Brenner macht. Kommen Sie mit. Bonjour! Na, Lust auf eine Creme Brulee? Die industrielle hergestellte Creme Brulee differenziert sich minimal von dem handwerklichen Original. Die ein oder andere Zutat wird auch bei dem ein oder anderen Produkt ersetzt und optimiert. Keine Flamme, trotzdem Karamell. Ja, das ist der Clou. Für die industriegetreue Creme Brulee verwendet Sebastian Lege 14 Zutaten. Wir legen mit Vollmilch los. In klassischer sowie industrieller Creme Brulee steckt vor allem viel Vollmilch. Zusammen mit Sahne bildet sie das Grundgemisch der Süßspeise. Da hüpfen die Kalorien in den Behälter. Kokosfett ist günstiger als Butter und verleiht der Creme ihre geschmeidige Textur. Die Industrie benutzt sie daher sehr gerne. Und natürlich Vollei. Oder meinen Sie der Trend einer Eier in der Fabrik? Natürlich nicht. Vollei bindet und führt zu einem cremigeren Geschmack. Sebastian Lege fügt Zucker dazu. Und was wäre einer mit der beliebtesten Desserts ohne Vanille? Hier Vanillearoma. Eine Aroma reicht nicht, nehmen wir noch ein weiteres Aroma. Das muss auf der Zunge tanzen. Natürliches Vanillearoma besteht aus mindestens 95% Vanille. Künstliches Aroma verstärkt den Geschmack zusätzlich und hält das Produkt günstig. Im guten Restaurant nehmen die wirklich frische Vanille. Modifizierte Stärke macht das Produkt stabiler und spielt bei der Industrie auch bei der Herstellung eine wichtige Rolle. Es ist eine Garantie, dass die Flieseigenschaften und die Abfüllmechanismen aufeinander greifen und das Produkt in einer gewissen Geschwindigkeit gefertigt werden kann. Man redet von Fliesgeschwindigkeit beim Abfüllmechanismus. Laktose trägt zur Bindung bei und rundet den Geschmack ab. Auf die nächste Zutat habe ich keinen Bock. Ich hasse Glucosesirup. Es schmiert, es nervt mich das abzufüllen. Glucosesirup besteht hauptsächlich aus Traubenzucker und 5% Fruktose. Es lässt die Creme beim Essen weicher erscheinen. Total simpel. Ein bisschen rühren, abfüllen, backen, rausholen und dann Karamellkruste ohne Brenner. Bei 70 Grad rührt die Maschine 5 Minuten lang alles zusammen. Ah, dieser Vanilleduft, der in meine Nase steigt. Fertig. Die noch heiße Creme-Brülee-Flüssigkeit verteilt der Produktentwickler in Glasschalen, wie beim Supermarktprodukt. Das passt perfekt. Muss nur noch gebacken werden im Wasserbad und dann ist das fertig. Dafür kommen die Cremeschalen in heißes Wasser und stocken im Ofen bei 130 Grad 30 Minuten. Und jetzt machen wir das Karamell. Die Karamellkruste. Für den Staub der Fake-Brülee-Kruste kocht Sebastian Lege Wasser auf und gibt Zucker dazu. Jetzt ist es Zuckersirup. Gleich Karamell. Nach und nach karamellisiert der Zucker. Es entsteht Karamellsirup. Ah, goldiges Karamell. Es ist so wunderschön goldig. Das fertige Flüssigkaramell muss jetzt abkühlen. Die flachen Formen garantieren, dass das Karamell schnell aushärtet und eine dünne Textur entsteht. Wichtig für die Puderherstellung. Und schmeckt? Oh nein, nicht so gut gegangen. Also, ja, lecker. Für den perfekten Brülee-Staub zerkleinert der Produktentwickler das ausgehärtete Karamell. Das kommt mir jetzt ein bisschen vor wie Breaking Bad hier. Aus Rohrzucker und zerkleinertem Karamell wird ein hauchdünnes Pulver. Karamell-Staub ist fertig. Creme-Roulet muss ja abkühlen nach dem Kochen, weil ansonsten wäre sie nicht so schön stichfest. Sieht aber toll aus. Ich bin ein bisschen begeistert. Der fertige Karamell-Staub kommt jetzt noch auf die Creme. Die Feuchtigkeit aus der Creme zieht in das trockene Zucker-Karamell-Puder ein. Das Puder verflüssigt sich und bekommt seine ursprüngliche braune Karamellfarbe zurück. Die Brülee-Illusion ist damit ganz ohne Brenner perfekt. Auch wenn die Kruste wesentlich weicher ist und nicht so knackig wie die hausgemachten. Es sieht aus wie weißer Staub. Ist das Zauberei? Es ist Zauberei. Brülieren ohne Brennen. Und schon haben wir Creme Schmelze. Und nicht Creme Brülee. Die Creme schmeckt original, die Kruste leider nicht. Creme Brülee ist wirklich ein schönes Dessert. Aber dann doch bitte mit der richtigen Kruste obendrauf. Ich finde, Brülee muss gebrannt sein, sonst darf es nicht so heißen. Fertig-Creme Brülee. Eine Creme aus guten und günstigen Industriezutaten. Mit einer ganz und gar nicht originalen Brülee-Kruste.